Die Fahrt über die obere Lahntalbahn beginnt am oberen Streckenende in Erntebrück. Auf Glas 1 steht ein Zug der DB-Tochter Kuh Hessenbahn zur Abfahrt bereit. In Erntebrück trifft die obere Lahntalbahn auf die Strecke Siegen-Bad Berleburg, die von der Hessischen Landesbahn betrieben wird. Historisch gesehen gehört der Streckenast nach Siegen jedoch zur oberen Lahntalbahn, die gut zwei Jahrzehnte vor dem Bau der Strecke nach Bad Berleburg im Jahr 1889 eröffnet wurde. Während sich die Züge der HLB hier stündlich begegnen, verkehrt nur alle zwei Stunden ein Zug in Richtung Marburg. Die Kuh Hessenbahn setzt auf der oberen Lahntalbahn die Zero-Triebzüge ein, die in den letzten Jahren modernisiert wurden. Nach Barburg über Bad Lasve. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Reise. Nächste Station Schameder. Bedarfshalt. Bei Haltewunsch bitte die Stopptaste betätigen. Die Strecke führt zunächst durch die hügelige Landschaft des Rothaargebirges. Erst nach etwa 15 Kilometern trifft sie auf die Lahntalbahn, der sie dann bis Marburg folgt. Die Kuh Hessenbahn ist seit 2002 Betreiber des Personenverkehrs auf der Strecke. Als eines von sechs sogenannten Regionnetzen der Deutschen Bahn ist sie auch für die Instandhaltung der Bahnanlagen verantwortlich. RB 94 nach Marburg. Nächste Station Oberndorf. Bedarfshalt. Bei Haltewunsch bitte die Stopptaste betätigen. Da die Strecke auf ihrer gesamten Länge durch eine landschaftlich reizvolle Region führt, werden die Züge häufig von Wanderern und Radfahrern genutzt. Musik Musik Nächste Station Oberndorf. Bedarfshalt. Bei Haltewunsch bitte die Stopptaste betätigen. Musik Bei Feudingen erreicht der Zug das Lahntal, dem die Strecke nun in Richtung Bad Lars befolgt. Dass die obere Lahntalbahn zwischen Erntebrück und Bad Lars be nur alle 2 Stunden bedient wird, liegt insbesondere an fehlenden Kreuzungsmöglichkeiten. Der gesamte etwa 24 Kilometer langer Abschnitt kann daher nur von einem Zug gleichzeitig befahren werden. Von Bad Lars be bis Marburg verkehren die Züge im Stundentakt. Über viele Kilometer folgt die Strecke nun der Lahn, die durch ein breites Tal fließt. Bei Wallau zweigt die weitgehend stillgelegte Scheldetalbahn ab, die früher bis Dillenburg führte. Nur wenige Minuten später verlässt der Zug den Bahnhof des Luftkurorts Biedenkopf. Auf einem Hügel über der Stadt liegt das Schlossbiedenkopf, eine Burg aus dem 14. Jahrhundert. Unterhalb der Burg liegt die Stadt, an dessen Rand die Bahnstrecke verläuft. Auf der anderen Talseite fließt die Lahn. Im Gegensatz zu den bisherigen Bahnhöfen verfügt der Bahnhof Biedenkopf, wie alle weiteren Bahnhöfe der Strecke noch über ein mechanisches Stellwerk mit Formsignalen. Nachdem sämtliche Bahnhöfe der Strecke bereits neue Bahnsteige erhalten haben, erfolgt inzwischen auch die Modernisierung der Stellwerkstechnik durch den Bau neuer elektronischer Stellwerke. Der Anblick der Formsignale dürfte somit nicht nur in Biedenkopf bald der Vergangenheit angehören. Auch unterhalb von Biedenkopf führt die Strecke weiterhin durch das Lahntal. Teilweise verlaufen Radwege direkt neben der Bahn und laden zu einer Fahrradtour ein. Nach weiteren 20 Kilometern Fahrt erreicht der Zug den Bahnhof Saarnau. Hier zweigt die ebenfalls von der Cholessenbahn betriebene Strecke nach Korbach ab. Seitdem ein näher am Ort gelegene Haltepunkt eröffnet wurde, erfolgte der Umbau des Personenbahnhofs zu einem Betriebsbahnhof ohne Bahnsteige. Musik Von Saarnau sind es nur noch wenige Kilometer bis Kölbe, wo die obere Lahntalbahn auf die Main-Weser-Bahn trifft, die Frankfurt mit Kassel verbindet. Der Bahnhof bildet somit den Endpunkt der Strecke, wobei sämtliche Züge aus Erntebrück und der abzweigenden Strecke von Korbach bis zum Marburger Hauptbahnhof durchgebunden werden. Untertitelung des ZDF, 2020